Moin Leute und was geht und herzlich willkommen zurück zu neuen Video von mir, The Must Watch und das ist das erste Video in 100 Abonnenten Special und nochmal vielen Dank für euren krassen Support. Und ja, wundert euch nicht, dass ich keine Kommentare in diesem Video vorlesen werde, weil hier recht viel fortproduziert ist. Und ich hoffe euch werden diese Videos gefallen und ja, dann heute ein Splatoon mit Yanni Boy. Hallo. Wir haben eine richtig krasse Taktik, nämlich man kann ja krassen Jump machen, halt womit wir auch immer recht auf den John Cena Move machen und die Gegner können halt auch immer sehen, wo wir landen. Und wir werden es dann so, Junge Pein! Und wir werden es dann so machen, dass wir es extra so machen, dass die Gegner sehen können, wo wir landen und einer von uns wird während der Gegner auf den Punkt schießt, den Gegner umbringen. Das ist die OP-Taktik. Jan, Jan, ich hoffe, wir werden es schaffen. Schaffen wir das, Jan? Ja. Das heißt, ich motiviere dann. Okay, los geht's! Natürlich, Leute, ich würde mir recht gern wünschen, wenn ich mit euch einfach so ein Lifetime machen könnte, wie ich im Privatkampf mit euch spiele. Aber leider macht mein krasser Gaming-Laptop das nicht mit, deswegen wird das leider nicht möglich sein. Wäre aber auch recht geil, wenn das gehen würde. Aber wenn ich erstmal das richtige Equipment dafür habe, würde ich es natürlich recht gern mit euch machen. Aber das wäre dann auch nicht nur ein Special, das würde dann recht oft, glaube ich, sogar vorkommen, wie es euch halt gefallen würde. Okay, Jan, was soll das? Du machst einen super Jump dahin, wo ich bin, und ja, dann wird der Gegner das sehen. Okay, mach jetzt mal... Oh, du bist ja schon da. Oh, du bist gestorben. Was ein Looper. Okay, wir müssen, wir müssen näher ran, okay? Ja. Oh, und dann... Was, was gut bängt der Typ da hinten? What? Da wurde ich natürlich getötet. Ja, okay, komm jetzt. Komm jetzt, komm jetzt. Hier ist nämlich ein Gegner. Ah, Mist, okay. Okay, jetzt, 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 jetzt. Machen sie es, machen sie es. Okay, du hast es mit dem John Cena-Move hinbekommen. Okay, 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 das war schon mal nicht schlecht. Aber ich war etwas lost. Aber okay, mit dem John Cena-Move klappt das halt wirklich so gut. Die denken halt immer so, ah, ich kann nicht umbringen, dann du so... No, gut. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Ähm, ja. Okay, die haben uns nicht beachtet. Die haben sich einfach nicht beachtet, John. Sie haben einfach den Punkt nicht beachtet. Und ich werde gesquidisch be... Das ist eine sehr sympathische Lobby heute. Äh, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Ah, nein, 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 pass auf, das ist ein Sniper. Oh, oh, John, John. Oh, es hat geklappt. Es hat geklappt. Okay, du bist gestorben. Aber es hat geklappt. Cool. Der Gegner... Okay, eigentlich ist das schlecht, wenn ein Team jetzt stirbt. Okay, lass es nochmal versuchen. Ähm... Oh, 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 okay. Ich hab was, ich hab was, komm. Komm schön, komm schön, komm schön. Und... Bumm. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Uff, und sie squirtbaggt mir schon wieder. Das ist ein Scheiße. Jan, du hast doch die Switch Online App, ähm, reporte sie mal. Dankeschön, Nintendo, dass man dafür extra eine App braucht. Dankeschön. Okay, jetzt. Janiboy. Du machst das. Janiboy. Okay, wait. Die Gegner waren doch zu weit weg. Okay, mein Fehler. Oh! Hier. Hier ist gut. Hier ist gut. Hier ist ein guter Rot. Komm jetzt, komm jetzt. Komm jetzt hierher. Ho! Oh, er hat... Oh, ich glaube, es hat geklappt. Der hat halt gerade auf dich geguckt und dann dachte er sich so, oh, wen greife ich an, aber er hätte mich währenddessen angreifen können. Es hat geklappt. Macht super... Superjump. Oh, der kommt ein Gegner mit einem Superjump. Okay, okay. Die haben das gegen uns benutzt. Oh, sorry, ja, ich bin gestorben. Die zahl, jetzt haben... Ah, die töten mich die ganze Zeit. Ah, der Plan ist wirklich etwas schwer, aber es ist möglich. Ist das jetzt... Jan! Okay, Jan, mach's, 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 mach's. Du musst abgelenkt sein. Oh, okay, sie selbst stören mich gerade komplett. Und sie scootbangt noch. Ist das deren Ernst? Okay, Leute, die Taktik ist möglich. Die ist sogar gar nicht mal so schlecht. Irgendwie war es so, dass mein Laptop immer genau dann geleckt hat, indem es geklappt hat. Also, Leute, ich fäng's gerade nicht. Das hat wirklich manchmal geklappt. Habt ihr auch einmal gesehen. Und ja, ähm... Ich hoffe einfach mal, euch hat das Video gefallen. Es werden noch sehr viele Videos diese Woche kommen. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Video. Und ciao, Leute! Ciao! Bis zum nächsten Mal.